So, Donnerstag, 7 Uhr. Dann erzählt doch mal, warum ihr eigentlich hier seid. Norman, fang du an. Das war der böse, Norman. Ich war das nicht. Ich war ja gar nicht da. Ich war meine Mutter. Meine Mutter. Meine Mutter. Ja. Jack, und was hast du für uns? Sie hat geschrien. Es war so laut. Sie hat geschrien. Sie hat geschrien. Sie hat geschrien. Sie hat geschrien. Und dann war es plötzlich ganz still. Ja, dann war alles ganz still. Rosemary, wann ist es denn bei dir so weit? Möchtest du uns von deinem Baby erzählen? Mit Thymian. Und ein bisschen Koriander. Hannibal. Randolph. Ich habe... geraucht. Geächtet. Ausgegrenzt. Einsam. Vesco hilft. To smoke without a fire To smoke without a fire Oh, 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 oh